Herzlich Willkommen zu einem neuen Video auf ZigarrenOnline.ch Heute beschäftigen wir uns mit der grossen Frage, welche Zigarre ist als Einstiegszigarre geeignet und an was sollte ich mich herwagen, wenn ich gerne mal Zigarren rauchen möchte. Die Zigarrenwelt ist riesengroß, es gibt ganz viele verschiedene Formate, ganz viele verschiedene Marken, ganz viele verschiedene Deckblätter. Darum möchte ich dir eigentlich in diesem Video helfen, um herauszufinden, in welche Richtung du gehen solltest, und auf was du achten kannst, welche Formate das wahrscheinlich gut wären. Und ich hoffe, ich kann dir ganz viele gute Einblicke geben mit diesem Video. Wie erkennst du denn jetzt einfache Einstiegszigarren? Als ersten Tipp würde ich dir mal raten, greife ich zu einem sogenannten Robusto-Format. Robusto-Format hat etwa 127 mm Länge, das 50er Ringmaß in aller Regel, sprich 20 mm Durchmesser und hat entsprechend für etwa 40 bis 50 Minuten Rauchvergnügen bereit für dich. Wenn du kleinere Zigarren nimmst, dünnere Zigarren, neigen die oftmals dazu, dass sie scharf werden, dass sie brennen, dass sie zu intensiv sind und dir Spass verderben an dieser ganzen Sache. Das Gleiche gilt für eine zu grosse Zigarre, die du vielleicht eineinhalb Stunden beschäftigt oder länger beschäftigt bist. Dort hast du sicherlich den Genuss ein wenig länger, aber auch länger Nikotin. Und wenn du dich mit Nikotin nicht ganz gewohnt bist, kann das irgendwann zu einem kleinen Nikotinflasch kommen. Es passiert auch der Beste oder der geübte Raucher. Dennoch, wir wollen dich ja nicht von Anfang an vertreiben, sondern dir eigentlich eine Selection zeigen, die zu dir passt und Spass macht. Aktuell führen wir rund 1700 Zigarren in unserem Online-Store, wobei auch hier in Regensdorf, also physisch und online, alles vorhanden. Klar, 1700 verschiedene Zigarren klingt nach einer grossen Auswahl. Das würde den Rahmen auch sprengen von diesem Video, um herauszufinden, welche ich gehen würde und welche ich nicht gehen würde. Ich glaube, am Anfang einfach ist, dass man ein eher helles Deckblatt wählt, so wie hier auf der Drew Estate. Die Connecticut Deckblätter sind in aller Regel einfacher als dünklere Deckblätter. Es gibt da natürlich einmal Ausnahmen, das würde aber den Rahmen des Videos definitiv sprengen. Mein Tipp Nummer 1. Die Flor de Selva Robusto kommt aus Honduras, wird von der Maya Selva hergestellt. Maya Selva ist sicher eine der erfolgreichsten Damen in diesem ganzen Business. Diese Zigarre gibt es bereits seit 1995 bereits, unverändert. Es ist eine sehr schöne, milde, einfach brennende Robusto. Noten von Holz, eine ganz leichte Süsse, Crämigkeit und aktuell für etwa 10 Franken auf dem März. Der Tipp Nummer 2. La Galera Robusto, respektive La Galera Chaveta mit dem Connecticut Deckblatt aussendrauf. Kommt aus der Dominikanischen Republik. Schönes Fussbändchen dran. Ist so ein leicht nussiger, nach Mandel duftender Smog mit einer feinen Espresso-Note dafür. Aktuell 8 Franken. Tipp Nummer 3. Roky Patel Edge Connecticut aus Honduras. Es wird, wie der Name schon gesagt, vom Roky Patel hergestellt. Ist jetzt die kürzeste hier auf dem Tisch. Das Short Robusto Format beim Roky etwas grösser gezogen. Kurzer, knackiger Smoke, leicht süsslich, erdig. Passt perfekt auch zu einem Kaffee. Ist für rund 7 Franken zu haben. Tipp Nummer 4. Hier ist Drew Estate Underground Shade. Kommt aus Nicaragua. Wird vom JD, dem Jonathan Drew, hergestellt. Hat ein bisschen modernes Format. Ist ein bisschen aufgeblasene, ein bisschen länger gezogene Robusto. Mild, nussig, schöner, sauberer Abbrand. Perfektes Format für einen Grillabend für ungefähr 12 Franken. Tipp Nummer 5. Hier machen wir eine kurze Reise nach Kuba. Bei den kubanischen Zigarren sind die grundsätzlich etwas stärker. Das ist Hoya de Monterey, Epique Nummer 2, den ich hier in der Hand habe. Grundsätzlich einer der mildesten Kubaner. Perfekter Einblick in die kubanische Welt. Wenn du mal die süsslichen Noten spürst. Was gibt die Erde von Kuba alles her? Dann bist du perfekt dabei. Kaffee, Leder, nussig. Ein bisschen Schokolade. Super Sache für knapp 17 Franken. Egal für welche Zigarren von diesen oder aus unserem Humidor du dich entscheidest. Ein ganz wichtiges Ding ist die Zeit beim Zigarrenrauchen. Nimm dir genug Zeit für diesen Tag. Oder die Zelebrierung des Zigarrengenuss. Nimm dir Zeit, iss etwas dazu, iss etwas vorher. Schenk dir etwas Feines ein ins Glas. Und dann genieße eine oder mehrere von diesen Zigarren. Ich hoffe, ich konnte dir einen Einblick geben in die grosse Zigarrenwelt. Helfe, was für eine erste Zigarre für deinen besten Genussmoment auf dem Tisch liegen soll. In unserem Store findest du all diese Zigarren selbstverständlich online. Du darfst hier in Regensdorf auch gerne vorbeikommen. Wir haben auch Samplers für dich bereit gemacht. Mit kompletter Ausrüstung. Schneider, Feuerzüge usw. Plus natürlich eben die feinen Zigarren drin. Findest du alles in unserem Store. Hast du Anregungen zu diesem Video? Hast du Fragen? Können wir dir irgendetwas weiterhelfen? Möchtest du uns vielleicht sagen, was das deine erste Zigarre war? Ist es vielleicht eine von denen gewesen oder andere? Hast du Erfahrungen gemacht beim Zigarrenrauchen, wo du sagst, hey, das müssen alle wissen? Dann schreib das hier unten in den Kommentaren gerne rein. Und, ganz wichtig am Schluss, Glöckchen nicht vergessen zu setzen und unseren Kanal abonnieren. Ich hoffe, du hast Spass gehabt beim Zuschauen und ich wünsche dir noch viel Vergnügen auf unserem Kanal. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Können wir jetzt gleich Mittagessen?